Bismillahirrahmanirrahim, geehrte Gerichtspräsidentin, geehrte Richter, Schreiber, Anwälte, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich werde mich kurz fassen, obwohl das Verfahren mich gut zweieinhalb Jahre lang beschäftigt hat und es mit Blick auf das emotionale Auftreten der Frau Bundesanwältin wohl einiges mehr zu sagen gäbe. Es ist ungefähr zwei Jahre her, seit die Bundesanwaltschaft dieses Verfahren auf mich und Präsident Blanchot ausweitete. Nichts, was wir nicht erwartet hätten und dennoch, ich jedenfalls, war erleichtert. Erleichtert, weil es für mich eine Ehrensache ist, als Zuständiger des Pressedienstes die Verantwortung für die Publikationen des Islamischen Zentralrates übernehmen zu dürfen. Verantwortung ist ein großes Wort. In diesem Zusammenhang verstehe ich es so. Als Chef des Pressedienstes prüfe ich fast alle Produktionen aus den übrigen Departementen vor ihrer Publikation einmal detailliert, das heißt, inhaltlich qualitativ und im Hinblick auf ihre Wirkung einmal eher summarisch. Im vorliegenden Fall überprüfte ich die Hintergründe der in den beiden inkriminierten Produktionen auftretenden Akteure, soweit mir dies im Rahmen einer summarischen Online-Recherche möglich war. Es mag sein, dass vereinzelte Journalisten Al-Mohassini bereits vor Tschernis Produktion einen Nusra-Anführer nannten. Doch wer sich mit der syrischen Situation beschäftigt, weiss, dass solche Zuschreibungen gerade in Kreisen des Assad-Regimes seinen Verbündeten und Sympathisanten ganz allgemein auf Rebellen angewandt wird. Und dadurch, um dadurch ihre Wahrnehmung als Freiheitskämpfer abzuwerten, um ihnen das Label Terroristen aufzudrücken, die man in der Folge mit allen Mitteln ausmerzen darf. Ob jene Journalisten sich überhaupt die Mühe machten und sich intensiv mit Al-Mohassini beschäftigten, darf sehr wohl bezweifelt werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sie der syrischen Regime-Propaganda aufgesessen sind. Unsererseits wurde diese Behauptung, nachdem sie öffentlichkeitswirksam erhoben wurden, erneut mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln überprüft. Drei Punkte sprachen klar gegen eine Mitgliedschaft Al-Mohassinis in der Dschabat al-Nusra oder meinetwegen in der Al-Qaida. Erstens, Al-Mohassini bezeichnete sich konsequent als unabhängig und verneinte, wiederholt, einer spezifischen Gruppe anzugehören. Dieses Narrativ vom unabhängigen Vermittler zweitens wurde und wird bis heute innerhalb des syrischen Oppositionsspektrums als plausibel diskursiviert. Al-Mohassini war in den letzten Monaten weiterhin in Aussöhnungsverhandlungen zwischen den beiden verfeindeten Gruppen Ahrar al-Sham und HTS verwickelt und wurde von beiden Seiten als Vermittler anerkannt. Drittens, im ganzen relevanten Zeitraum war weder Al-Mohassini noch die Jais al-Fatih auf einer international anerkannten und öffentlich-zugänglichen Terrorliste verzeichnet. Insbesondere nicht auf der für die Schweiz maßgeblichen UNO-Sanktionsliste, die ja vom SECO, dem Staatssekretariat für Wirtschaft, nachgeführt wird. Ein nicht ganz unerheblicher Umstand, den die Bundesanwältin in ihrem Plädoyer geschickt ausblendete. Keine Frage, die syrische Opposition ist nicht jedermanns Freund. Es liegt in der Natur der Sache, dass auch in diesem Konflikt konträre Positionen vertreten werden. Diese zu beurteilen ist freilich nicht Aufgabe dieses Gerichts. Allerdings dürfte es dem Gericht nicht entgangen sein, wie einseitig seitens der Anklage der Versuche unternommen wurde, das Rebellenspektrum und dazu zählt letztlich auch Al-Mohassini als moralisch im Verzug zu skizzieren, während auf die Brutalität und Menschenverachtung des syrischen Regimes mit keinem Wort eingegangen wurde. Damit aber fehlt der Kontext, vor dessen Hintergrund eine faire Bewertung der Person Al-Mohassini erst möglich wird. Es ist mir ein Anliegen, dass hier kein Zweifel aufkommt, dass das Assad-Regime eines der grausamsten dieser Welt ist. Darauf wurde im Bericht des ICTRS ab Seite 25 fortfolgende entsprechend eingegangen. Und zwar qualitativ wie auch quantitativ. In einer Vorladung der Bundesanwaltschaft zur Einvernahme als Beschuldigter las ich vor gut zwei Jahren, dass ich eines Zitat Verbrechens beschuldigt werde. Sie werden vor dem eben erläuterten Hintergrund verstehen, dass ich Mühe hatte, dies einordnen zu können. Unvermittelt schossen mir dabei Assoziationen mit vergleichbaren Fällen aus autoritären Staaten wie etwa Russland durch den Kopf. Ich soll ein Verbrecher sein, weil ich von meinem verfassungsmässig garantierten Recht auf Presse- und Informationsfreiheit Gebrauch machte? Kann das wirklich wahr sein, hier und heute in der Schweiz? Ich bin kein Jurist. Wenn ich das Verfahren aber richtig verstehe, geht es ja um die schlichte Frage, ob ich mit meinem Nihil Obstat zu den zwei Produktionen Propaganda für die Al-Qaida betrieben haben soll und nicht darum, ob ich als öffentliches Gesicht des Islams in der Schweiz die eine oder andere Position vertrete, die als kontrovers bis provokativ taxiert wird. Es kann ja im Prinzip auch nicht darum gehen, wie ich glaube bzw. meinen Glauben praktiziere. Umso mehr verwundert es mich, weshalb sich die Frau Bundesanwältin derart für meine private Bücherwand interessiert, hier ein wissenschaftliches Werk über die Texte der Al-Qaida unterstreicht, jedoch kein Wort über Michel Foucault, Jürgen Habermas oder Sigmund Freud verliert. So dann erlaube ich mir die Frage, liegt hier ein Missverständnis vor oder doch politisches Kalkül? Bitte erlauben Sie mir abschliessend dies kurz zu erläutern. Al-Muhaysini, wie übrigens auch andere Protagonisten in den zwei inkriminierten Produktionen, ist zweifelsfrei ein muslimischer Zeitgenosse, der auf methodologischer Ebene einen holistischen Zugang zum Islam pflegt. Holistisch heisst, neben den Dogmen, dem Ritus und der Spiritualität eben auch gesellschaftliche und politische Aspekte in sein islamisches Weltbild integriert. Nach landläufiger Terminologie also ein Islamist. Weil er den Dschihad in Syrien gegen das Regime von Bashar al-Assad führt, und zwar aktiv führt, eventuell sogar ein Dschihadist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er diese Behauptung bzw. Beschreibung nicht prinzipiell von sich weisen würde. Nicht jeder Islamist, der einen wie auch immer gearteten Dschihad führt, ist aber automatisch den Reihen der Al-Qaida oder des IS zuzuschreiben. Denken Sie nur an die diversen palästinensischen Gruppierungen, die schiitischen Milizen im Irak und Libanon, prominent und aktuell gerade der politisch aufsteigende Muqtad al-Sadr, die Hezbollah, die Milf auf den Philippinen oder die muslimischen Aufständischen in Südthailand, Burma oder unter den Uiguren. Sie alle sind Islamisten, bemühenden Dschihad. Das Gericht muss sich der von der Bundesanwaltschaft unterschlagenen Tatsache bewusst sein, dass Islamismus auch jenseits von Al-Qaida und IS existiert. Gestern überraschte uns die Frau Bundesanwältin mit ihrer Aussage, dass es im Prinzip keine Rolle spiele, ob Al-Muhassini offizielles Mitglied der Al-Nusra oder Al-Qaida sei. Letztlich sei es seine Gesinnung, sein Handeln, das ihn zu einem Repräsentanten der verbotenen Organisation mache, eine ungeheuerliche Behauptung angesichts der einseitigen, eklektizistischen Auseinandersetzung mit seiner Person. Der IZRS-Bericht stellt auch ein Versuch dar, diese kontextferne Einseitigkeit der Auseinandersetzung durch jene Aspekte zu ergänzen, die seitens der Bundesanwaltschaft ausgelassen wurden. Es ist ein Markenzeichen eines autoritären, ja verzweifelten Umgangs mit konträren Meinungen, wenn man Antiterrorgesetze derart extensiv auslegt, dass sie über den Wortlaut hinaus allerlei unliebsames Denken erfassen. Die Bundesanwaltschaft operiert hier mit einem Gesetz, das sich klar auf Al-Qaida und den IS bezieht. Der IZRS-Bericht hat aber zweifelsfrei aufgezeigt, dass es sich bei Al-Muhaysini nicht um einen Al-Qaida-Mitglied handeln kann. Darüber hinaus wurde ebenfalls deutlich aufgezeigt, was der IZRS mit den beiden inkriminierten Produktionen intendierte. Die Dekonstruktion der IS-Narrative. Und es soll noch einmal auch zu meiner Entlastung gesagt sein, der Name Al-Qaida kam in keiner Produktion auch nur ein einziges Mal vor. Die Bundesanwaltschaft sieht darin Kalkül, ja, Verschleierungstaktik. Es ist mir nach all den Ausführungen der Frau Bundesanwältin allerdings weiterhin schleierhaft, wie man mittels Verschleierung Werbung für eine bestimmte Organisation machen soll. Diese Logik macht nur unter einer Bedingung Sinn, wenn man Islamismus mit Al-Qaida gleichsetzt. Demnach wäre, wie von der Frau Bundesanwältin suggeriert, Al-Muhaysini nicht aufgrund einer formellen Mitgliedschaft ein Al-Qaida-Repräsentant, sondern lediglich seiner Gesinnung wegen. Hier wird es aber heikel. Ich schliesse mit der Frage, nach welchen Maßstäben, wenn nicht nach dem Wortlaut des Gesetzes und entsprechend relevanten Terroristen, kann ich oder jeder andere Betroffene im Bereich der Publizistik lege Artis hin oder her seiner Arbeit nachgehen. Müssen wir in Zukunft jede Publikation, worin islamische Protagonisten auftreten, einer monatelangen wissenschaftlichen Begutachtung unterziehen lassen? Nein, geehrte Damen und Herren, das kann es nicht sein. Es ist Aufgabe des Staates, seine Regeln klar und nachvollziehbar auszuformulieren. Gemäss Gesetz steht das Werben für Al-Qaida oder den IS zweifelsfrei unter Strafe. Das kann ich verstehen. Es kann aber nicht angehen, dass jede unliebsame Spielart des Islams nun mit Al-Qaida oder dem IS Gesetzes parallelisiert wird, sodass am Ende eine vermeintlich strafbare Handlung resultiert. Soll dies dennoch so sein, so ist es Aufgabe der Politik, den Wortlaut des Gesetzes entsprechend restriktiver zu gestalten, anstatt hier im juristischen Experimentierkasten an unseren verfassungsmäßigen Grundrechten zu feilen. Vielen Dank.